hier ein grüner duett halbtransparenter stoff mit der nummer 12 gustav 02 die farbe habe ich jetzt mal als apfelgrün bezeichnet das ist ja immer so ein bisschen relativ diese namen der farben ich finde es ein sehr schönes frisches grün und auf der rückseite ist ein schönes helles weiß hier die warmen struktur eine sehr schöne farbe